Das Wasser! Wo bleibt das Wasser? Das Wasser fehlt! Wo bleibt hier das Wasser? Wo ist hier das Wasser? Braucht Wasser! Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Wo bleibt das Wasser? Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser, ist aus dem Wasser geboren mit Wasserkopf und Wasserohr. Aus dem Wasser gekommen kehrt er ins Wasser zurück. Als zum Mensch gewordener Fisch wird er im Wasser wieder zur Leiche. In der Wasserleiche laichen die Fische und der Leiche der Fische wird im Kreislauf des Wassers wieder zum Fische, der aus dem Wasser steigen und zum Mensch wehrt wird. Die Quelle ist der Ursprung des Wassers. Und das Wasser ist der Ursprung des Lebens. Nichts lebendes kann dem Wasser das Wasser reichen. Gehört das Wasser nur mehr den Reichen, ist das ein Zeichen, dass wir das Ende erreichen. Auch Reiche müssen Wasser lassen. Doch wollen sie das Wasser fassen in Plastikwasserflaschen. Das Dokument unserer Zivilisation. Das Zeugnis für die Nachwelt. Das Plastik. Plastik. Plastikfunde. Plastikplunder. Plastikflaschen. Plastikwunder. Die Errungenschaft der Menschheit. Die Spitze des Fortschritts. Das Plastik. Plastik. Plastikhilfe. Plastikmusik. Plastiken. Plastikglück. Mensch, du kommst aus dem Plastik und kehrst in das Plastik zurück. Mensch, du füllst das Wasser in Plastik. Und das Wasser mit Plastik. Was wird geschehen? Was wird geschehen? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Was wird geschehen? Wann ist es? In der Zwischenzeit! Mann! 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 Vielen Dank.